In unserem heutigen Video stellen wir Ihnen unsere Top 5 der Beilagen für Hummer vor. Auf Platz 5. Eine der gängigsten Hummerbeilagen neben Muttersoße und Baguette ist Salat. Wählen Sie doch aus Kohlslau, Selleriesalat, Rahmengurkensalat oder bunten Blattsalaten für ein leichtes Essen. Gekochter oder gegrillter Hummerbeilagen für Kartoffelfans sind ofengebackene Pommes. Wedges, Prinzesskartoffeln oder Kartoffelpüree für unseren Platz 4. Der Klassiker zu Hummer als Beilage ist Spargel. Versuchen Sie neben blanchiertem, weißem Spargel auch gegrillten grünen Spargel oder einen Spargelsalat mariniert mit Zitrusfrüchten und deren Fleisch. Zu Hummer, Thermidor oder gegrillt passen auch Ofengemüse. Überbacken Sie Süßkartoffeln, Blumenkohl, Karotten, Knollensellerie oder Kürbis und Topinambur mit Zitronenbutter für unseren Platz 2. Beilage zu Hummer, Thermidor könnte auch ein Salat mit Speck, Brechaola, Parma oder Serrano-Schinken sein. Arbeiten Sie diese Fleischsorten in die Bechamel mit ein und rösten Sie den Rest für Ihren bunten Salat. Den ganzen Beitrag finden Sie auf www.kochenmitgenuss.de Um den Kanal zu abonnieren, klicken Sie hier. Für weitere spannende Videos klicken Sie hier.